hallo und herzlich willkommen zur dritten aufnahme session von minecraft wird heute wieder eine etwas längere werden zwei stunden sind geplant und heute soll der gesamte hafen gebaut werden beziehungsweise dieses komplette hafenhaus das hafenhaus genau genau das seht jetzt schon gebaut ja was haben wir denn noch tige tige ich würde sagen wir ziemlich viel glas na gut glas wenn wir jetzt noch nicht bauen haben wir noch dürften wir nicht viel haben nicht viel und ich sehe da einen kann man außen am haus was muss er hin also nicht ich sehe momentan nicht wo bist du denn gerade vom dach gesprungen da bin ich dann wollen wir mal auf geht's ähm clean stone ja clean stone so hier unten dazu werden wahrscheinlich noch mehr stone brauchen denke ich aber wir müssen hier noch ein stück erhöhen jedenfalls moment ne müssen wir gar nicht oder ne ne passt eigentlich fast braun plus so wie viel höher soll es denn werden so hoch eigentlich würd ich sagen muss halt dann die treppe noch bissl anpassen ok ich habe noch ein bisschen kubbles dabei den schmeiße ich mal in den ofen mhm und ich sehe gerade hier wir haben kohle mehr hier drin da schwimmt doch ein skanett hol ich mal neuer ach so viel zu hol ich mal neuer wir haben keine kohle mehr keine kohle haben wir noch keine kohle wir könnten baumstemmen zu kohle machen davon haben wir ja haben wir 47 noch 47 noch ich hätte auch noch welche gut und könnte man tun das werden wir wahrscheinlich auch tun ofen 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 hier die ziegel raus hier den ah cobblestone übrigens äh nein clean stone ist hier noch ein 61er wo hast du jetzt hier keine nummer da kann man ja dann die holzkohle die entsteht leider da sondern bloß halt mal dran denken richtig so der lehm kommt sonstiges wo soll ich die ziegel hin tun die ziegel da kannst du ja auch mitnehmen brauchen wir ja dann oh ähm was soll ich denn jetzt nachher denn so ich ich stein so ich stein und jetzt werde ich mir erstmal eine die Hand einverleiben nom 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 gesalzen mit pfeffer so nein ohne pfeffer nur mit salz so hm geht's hier erstmal weiter so soll ich derweil schon mal euren cobblestone besorgen cobblestone ja können sie sagen mehr mehr bloß dann mach ich mich auf den weg in die höhle und die sporte so so zäune haben wir ja noch ganz viele dabei haben wir noch hier endloser weh wo ist das ziel da ist es so hier müssen wir auch noch alles anpassen so so wer hat er weggespült haben wir noch zäune irgendwo in irgendeiner kiste das ist eine gute frage höchstens in der holzkiste wenn nicht da dann nicht holzkiste ja holzkiste teune teune stiggis aber holz haben wir genug da können wir ja noch stiggis machen stiggis werden wir brauchen brauchen eigentlich alles alles diamanten alles ja aber den werden wir wahrscheinlich hier oben nicht finden ok liegt nicht im Meer leider nicht da werden wir wohl schon ein paar ebenen tiefer gehen müssen zäune brauchen wir ja zwar nicht allzu viel na jetzt habe ich die ganze stiggis gemacht naja gut so was brauchen wir denn noch ähm ziegel ziegelhammer glashammer hast du wo haben wir denn noch holzstämme holzstämme wenn du den 47er stack rausgenommen hast dann keine mehr die die 47er 6 den du vor uns in den Ofen geschmissen hast achso na gut ja ne kann man lassen da komme ich mal noch mit dorthin und baue mal noch holz ab aber bevor du kommst äh nein wobei ich kann selber ich brauche nämlich neue Werkzeuge das hätte ich jetzt mitbringen können alte Spitzhacke hat den Geist aufgegeben oh oh zurück zum Haus zurück zum Haus kurz in den Keller äh hast du noch hast du noch Zeppelinks irgendwo Zeppelinks irgendwo Zeppelinks sind da kann ich mitbringen okay oh achso das sind doch noch gerade ein Zombie gehört haben wir unten ja natürlich irgendwie so holz so viel holz wirds jetzt nicht wir brauchen sehr viel ja denk doch wobei allzu viel allzu viel allzu viel wir brauchen sehr als pure Stämme sozusagen ach das ja dann gut das ja stimmt das ist einiges was wir da brauchen so haben wir schon konkrete Vorstellungen wie das ganze aussehen soll ganz leicht ne ganz leicht ne ganz leicht natürlich ah genau deine deine Statslinge Statslinge auch so viel noch so müssten ja hier unten in der sonstiges Kiste sein jetzt legen wir weg mit Holz hab ich ja denk ich mal jetzt aufgesammelt noch ich mach mich auf die Reise ich mach mich auf die Reise da ist noch jetzt ich sage leise wo den äh so sechser hab ich noch sieben seit links jo ich habe leider nur 64 so viel noch ja so viel noch nicht stimmt ich denke das reicht der Aufnahmetag heute übrigens der erste April der Tag übrigens du hast den Kohl übersehen und es ist kein April Schatz ooooooooh ja die konnte ich leider von uns grad nicht mehr abbauen weil wie gesagt die Spitzhacke keine Lust mehr hatte äh doch ne äh äh nimm mal kurz deine Saplings wieder obwohl die kann ich ja stacken passt schon ja die kann ich da war noch einer übrig ein einzelner cool cool seit neusten ja ziemlich viel Kohl eigentlich ist ja keine Mangelware mehr stimmt wenn ich mich da an die etwas älteren Minecraft-Versionen erinnert hab oder erinnere hat man ja Kohl gesucht Diamant Diamant ja aber Diamant ist denk ich mal nur genau so selten wie vorher das stimmt in Ebene ja so Ebene 16 findet man den relativ häufig aber auch relativ häufig Lava und und das stimmt muss man unheimlich auffassen aber solche Erkundungstouren werden sicherlich auch noch kommen so erstmal schnell noch was essen bestimmt so eine Zombie-Hand und noch eine Zombie-Hand und noch zwei weitere gut gut ich werde erstmal zurück gehen noch ein paar Saplings oh ein Apfel also Mist ich kann nichts mehr einsammeln nimm mal dann hier oben die Saplings sind ein Apfel den kann ich tun dieser ne Eisen 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 ist sehr gut und die Sonne geht wieder mal unter da dunkelt es der Welt Minecraft sind die ruhen im Meer so vorbei da ist der Welt ah nein so noch gar nicht mit der epischen Schichte fertig eigentlich schon zwei Bäume gewachsen ähm ja was wollte ich tun wieviel Settlings liegen denn hier der Rest der alles noch von den Bäumen übrig ist Bäume so 20 Holzkohle da können wir ja wieder hm hm was brauchen wir denn noch Ziegel Ziegel sind ja erstmal fertig wobei Ziegel brauchen wir unheimlich viele ähm machen wir noch ein bisschen Cobblestone was haben wir hier noch drin hier ist noch Cleanstone Cobbl dürfte keiner mehr da sein ne ich glaube auch nicht sonstiges Stein ne bloß noch Stufen Ziegel nehm ich mal noch mit das muss mal kurz ordnen alles da eine gewisse Ordnung braucht man hier was hab ich denn noch Eisen dabei das kann hab ich in der Kiste die Saplings auch ähm Kakaobohle was will ich denn damit Kekse sonst aber Kekse ne Kekse Kekse die Verschwendung haha so dann machen wir hier mal so ne so rum jetzt haben wir noch Ziegel 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 kann man stecken Quatsch Ziegelsteine die Hand kommt dort hin Erde Glas bauen wir noch und Holzstämme so Auf geht's Wo bist du? Ja so ergibt es doch mehr oder weniger einfach wo wo Stieg? Wo bist du denn? In der Höhle Ach in der Höhle? Also am Eingang So dann machen wir machen wir Nein Nein galt nicht abgetrieben und sterben nicht reach abgetrieben sterben nicht will jetzt nein So Schwüngnnn Oh, Gott, äh, Zäune brauchen wir doch noch. Oh, der war falsch. Oh. So, jetzt aber. So, jetzt wird gleich noch ein Aufstieg. Wunderbar. Ja, der ultimative Hafen. Sieht einfach mal nach nichts aus. Bis jetzt. So, danach haben wir... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, also 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wieder eine Spitzak kaputt. Schon wieder. Schon wieder. Unmengen an Cobblestone. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks fast. 6 Stacks. Die werden wir nie brauchen. Niemals. Was wir haben.